Peter Reber und Nina – Schöne Weihnachten Gleich ist es wieder soweit. Die Weihnachten steht vor der Tür. Peter Reber und seine Tochter Nina singen für uns ihre schönsten Weihnachtslieder. Halleluja, Halleluja, Halleluja Doppel-CD – Schöne Weihnachten, inklusive das grosse Weihnachtskonzert auf DVD und ein Liederbuch mit Text und Noten. Jetzt bei Weltbild zum Vorzugspreis von nur 29,90 statt 54,80. Ebenfalls neu, nimm mich mit. Das neue Album von Peter Reber und Nina. Special Edition mit zwei Bonustiteln exklusiv bei Weltbild für nur 19,95. Jetzt bestellen bei Weltbild. Telefon 08 48 840 112 oder online www.weltbild.ch Winter sind, Weihnacht sind, die schönste Bischens hat und alle Planen, bis es kommt, kommt Christkind in. Komm, wir wollen das Licht anzünden, dass es hellweht in der Nacht und der ganzen Welt verkünden, was der Himmel uns hat braten. Ach, Wöbel, holluäbel... Peter Reber und Nina Schöne Weihnachten Die Vorfreude steigt und steigt. Peter Reber und Nina bringen uns die Weihnachtsstimmung direkt ins warme Wohnzimmer. Schöne Weihnachten Das Doppelalbum plus Konzert-DVD und ein wunderschönes 32-seitiges Liederbuch mit vielen Songtexten und Noten. Jetzt bei Weltbild zum Aktionspreis von nur 29,90 statt 54,80. Ebenfalls neu, nimm mich mit. Das neue Album von Peter Reber und Nina. Special Edition mit zwei Bonus-Titeln exklusiv bei Weltbild für nur 19,95. Jetzt bestellen bei Weltbild. Telefon 0848 840 112 oder online www.weltbild.ch Es geht, mal geht es bergauf, mal geht es bergab. Häbte gut und häbter schruf, schaust du auf das Mal noch drab. Der Schlitten hinten dran, die Rössli ist dran davor. Schön ist so ein Schlitten gespannt, drum singen wir im Chor. Beneath your wings Beneath your wings As always fly Peter Reber und Nina Schöne Weihnachten Lassen wir uns verzaubern von den wunderbaren Weihnachtsliedern von Peter Reber und seiner Tochter Nina. Hörst du die Engelschar, die sind voll Freude Doppel-CD, schöne Weihnachten plus eine Konzert-DVD mit ihren schönsten Weihnachtsliedern und einem exklusiven Liederbuch. Ein ideales Geschenk für die ganze Familie. Jetzt bei Weltbild zum Spezialpreis von nur 29,90 statt 54,80. Ebenfalls neu, nimm mich mit. Das neue Album von Peter Reber und Nina. Special Edition mit zwei Bonus-Titeln exklusiv bei Weltbild für nur 19,95. Jetzt bestellen bei Weltbild. Telefon 08 48 840 840 112 oder online weltbild.ch Sometimes I feel like a mother's dad Sometimes you can... Peter Reber und Nina Schöne Weihnachten Wenn es draussen richtig kalt und die Weihnachten nicht mehr weit ist, ist es wieder Zeit für schöne Weihnachtslieder. Stimmungsvolle Adventszeit mit Peter Reber und Nina Doppel-CD plus Konzert-DVD Dazu ein 2-30-seitiges Liederbuch mit Text und Noten zum mitsingen und mitspielen. Jetzt exklusiv bei Weltbild zum Weihnachtspreis von nur 29,90 statt 54,80. Ebenfalls neu, nimm mich mit. Das neue Album von Peter Reber und Nina. Special Edition mit zwei Bonus-Titeln exklusiv bei Weltbild für nur 19,95. Jetzt bestellen bei Weltbild. Telefon 08 48 840 840 112 oder online weltbild.ch Applaus